Wir sind heute auf der Ideen Expo in Hannover. Das diesjährige Motto laut macht doch einfach. Wir werden mit verschiedenen Medien sprechen, was denn doch der beste Einstieg in den Journalismus ist. Und ich glaube, was uns alle verbindet, ist die Leidenschaft am Beruf und die kommt natürlich dann vor allem durchs Machen, Machen, Machen. Klingt so abgedroschen und ein bisschen langweilig vielleicht, aber das ist glaube ich das, was ich am ehesten sagen kann. Einfach ausprobieren, machen, gucken, wo man hinpasst. Und es ist ein Handwerk. Man muss ganz viele Handgriffe lernen, verinnerlichen, automatisieren, dass man es richtig gut kann. Und das geht nur durchs Machen. Es gibt immer junge Medienleute, die gehören besser hinter die Kamera, muss man sagen. Ich habe einen Kumpel, der wollte immer vor die Kamera. Der konnte so geil schneiden, so geil filmen. Und da hat es leider zu lange gebraucht, bis er gesagt hat, ich gehe hinter die Kamera, da bin ich besser. Deswegen muss man rauskriegen, wo man hin muss. Dann musst du es mit Liebe machen. Du musst wirklich Spaß dabei haben. Ich habe immer die Formate gemacht, die ich wirklich auf dich Bock hatte. Und TV ist gar nicht so geil, wie man denkt. Macht euren eigenen Scheiß auf YouTube. Sprecht euch kein blöder Sender rein, kein dummer Redakteur. Ist viel besser. Wie cool ist die Jugendpresse, Bert? Wie cool ist die Jugendpresse, Bert? Wie cool ist das an den Sprügel? Wie cool ist das Grüße? gericht die Jugendpresse,